Seit Anfang des Jahres stand für mich eigentlich fest, Mafia 3 wird gekauft, jetzt ist es released und die Community rastet richtig. Mafia 3 hat scheinbar einen technischen Zustand, der einfach nicht dem Preis gerecht wird und so stehe ich jetzt wie viele andere auch vor der Frage, lohnt es sich Mafia 3 zu kaufen? Mafia 2 habe ich mir so vor circa einem Jahr im Steam Sale gekauft und ist bis jetzt auch immer noch mein Lieblingsspiel, einfach wegen der super guten Story und der guten Atmosphäre, da zeige ich euch jetzt mal zum Thema Atmosphäre ein kleines Beispiel. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedicis Signore questo Cibo, che per la tua bontastiamo per plenare. Vedina anche a coloro che non le hanno erendici per tecipi a la tua benedizione. Also Vito, der Hauptcharakter, ist gerade aus dem Krieg zurückgekommen und da ist das nicht mehr gewohnt zu beten vor dem Essen, weil man im Krieg ja nicht gebetet hat, weil man nicht so viel Zeit hatte. Und das ist einfach so die Detailverliebtheit, in die ich mich dann auch so ein bisschen verschaut habe. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich Mafia kaufen wollte, Mafia 3, einfach weil ich gedacht habe, boah, Mafia 2 war so stark, Mafia 1 soll sogar besser sein. Und dann muss Mafia 3 ja auch nochmal gewohnt hohe Maßstäbe an den Tag legen. Soll es auch, also an der Story liegt es nicht, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen als Mafia-Fan, das Spiel buggt extremst. Also an dieser anfänglichen 30 FPS Markierung liegt es bei mir nicht. Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass sich da die Leute so aufregen, weil auf meinem alten PC, da waren halt alle Spiele, wenn es gut lief, 30 FPS und mit 30 FPS kann man wirklich spielen. 60 FPS ist natürlich nochmal um einiges geiler, aber 30 FPS kann man sich schon gönnen. Was mich nervt, sind halt die wirklich schlimmen Bugs im Spiel. Da sollen die Autos rumfliegen, die KI macht enorme Fehler, die scheinen sehr schlecht programmiert zu sein. Manchmal wirst du so von Leuten verfolgt, die alle gleich aussehen, so von Polizisten. Und man kauft sich eben Mafia wirklich wegen der Atmosphäre und aus der wird man total rausgerissen, wenn es die ganze Zeit so rumbuckt. Abgesehen von den Bugs soll allerdings das Gameplay ziemlich gut sein, das Waffenfeedback soll grandios sein und man hat schon Bock es sich zu kaufen. Was mir auch wichtig war, in Mafia 2, da hört man am Anfang beim Radio fahren, wie in GTA, kannst du halt Musik hören. Und am Anfang denkst du dir so, was ist das für eine 40er Musik, sowas höre ich mir doch nicht an, stellst es öfter in das Radio auch aus. Aber mit der Zeit spielst du vier Stunden, da gewöhnst du dich einfach an die Musik und dann singst du nur noch mit und feierst einfach diese Musik. Und auch in Mafia 3 sollen wieder super Songs dabei sein, da denkt man sich halt schon, ah, eigentlich will ich es mir ja schon kaufen. Ich habe es jetzt sogar gekauft, ich werde es auch zurückgeben jetzt, das ist nämlich jetzt mein Plan. Einfach wegen dem Preis, Leute, es kostet 50 Euro zur Zeit und dafür kann ich mir schon fast ein GTA 5 kaufen mit wesentlich mehr Umfang, dafür halt keine gescheite Story. Und dann denkt man sich halt wirklich, nee, das ist es nicht wert. Ich war jetzt also einfach bis zum Steam Sale, das würde ich euch auch empfehlen, bis dann Mafia 3, jetzt ist es ja auf meine Wunschliste, endlich runtergesetzt wird auf vielleicht 30 Euro oder so und dann kann ich es mir kaufen. Dann ist es auch gepatcht, dass die ganzen Bugs nicht mehr so extrem sind, dann lohnt sich das auch. Wir sehen uns irgendwann wieder, bis dahin, ciao.